Welcome back, Resident Evil 4, Part 16 oder was auch immer. Wir haben endlich gespeichert und wir gucken uns erstmal um. Wir sind in einem komischen Flur angekommen nach dem Chaos da drüben. Besser gesagt in diesem komischen Raum mit den Raketen, Gebrüderkrimmen oder was auch immer. Und... Komische Geräusche und ziemlich still. Wobei, wenn es still wäre, würde es keine Geräusche geben. Und kann man einen Baum hören, der macht einem Baum ein Geräusch, wenn es in einem Wald umfällt und keiner das sieht oder überhaupt in der Nähe ist. Okay, ja, ich habe gerade dieses Rätsel total beschissen dargestellt. Und wir haben ein bisschen Money wieder dazu bekommen. Das macht uns wieder froh. So, äh, wir könnten nach rechts gehen. Das ist unser Ziel. Oder nach links. Ähm... Gehen wir überhaupt nach rechts? Wir treten... Sie nicht auf. Also müssen wir nach da. Okay. Ich habe mir da so eine Vorstellung... Oh. Wenn wir eine Blinkgranate gehabt hätten, hätten wir vielleicht was bekommen. Okay, wir sind draußen. Im Vorgarten anscheinend. Ein großer Platz, was mich ein bisschen nervös macht. Haben wir denn überhaupt... Nein, die haben nichts zu werfen. Sie hinterlassen uns ein paar Schätze. Wir haben aber genug Geld. Oh, 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 oh. Okay, wir haben fett Kohle gemacht. Sie ist von der anderen Seite verschlossen. Wenn jemand Hilfe... Äh, was hilft, komme ich vielleicht von dort oben raus hinein. Ah, wartet mal. Wenn ich jetzt auf die Karte gucke... Genau, da müssen wir später hin. Leute, erinnert mich bitte dran. Wir müssen mit Ashley genau da hin. Weil da gibt es einen besonderen Schatz, besser gesagt. Ich stelle mich mal so aus. Einen sehr besonderen Schatz. Und, äh, den man bitte nicht umgehen sollte. Diese Szene hier, was wir jetzt gleich wahrscheinlich vor uns haben, äh, gibt es auf Schwierigkeitsleicht nicht. Ich mache das also jetzt blind. Ich habe null Ahnung. Weil ich habe es bislang immer nur auf leicht durchgespielt, aber nie auf, äh, ja. Normal. Wie es ja jetzt gerade tut. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ach, Granaten. Noch eine Granate. Schade. Schade, schade, schade. Ich bin sehr gespannt. Okay, ich bin aber ehrlich, ich habe ein kleines bisschen Schiss. Aber ich glaube, das werden wir auch meistern, wie wir alles andere schon lange gemeistert haben. Nein. Ach, du Scheiße. Ja, davon habe ich was gehört. Ein Labyrinth. Oh. Da war ich irgendwie froh, als ich das auf leicht gespielt habe, dass ich da nicht rein musste. Merken wir uns mal. Also, wir haben hier eine Schatzkiste. Okay, wir werden es so oder so uns nicht merken können. Ich weiß das jetzt schon. Oh. Da bist du auch nicht los. Wenn du sparrst. Okay, wenn das so ist. Hier lässt sich nur eins öffnen. Hier ist ein der Kerben. Da steht zwei Monde, bilden einen. Okay. Ich frage es, wie komme ich da runter? Das ist doch mal eine Frage wert. Oh Gott, ich will nicht. Schade, Jan. Haben wir denn überhaupt noch Lebensenergie? Ja, haben wir. Okay, da kommen wir nicht durch. Also ab durch. Ab durch die Hecke. Hier laufen nach links. Oh ne. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Blöde Töne. Ich höre dich, aber ich kann nicht nur sehen. Oh. Das ist schlau. Laden aber erstmal nach. Okay, da haben wir eine Brücke. Im Kreis laufen. Find schon mal eine Kiste. Hier für Munition. Und eine Töne. Und noch eine Töne. Und wir sterben schon nach dem zweiten Angriff. Was ist das denn? Oh Mann. Oh Mann. Das wird noch ganz böse enden hier. Oh Mann. Scheiße. Ganz ehrlich. So überspringen wir einfach mal. Und wir laufen einfach mal trotzdem nach. Links. Oh Mann. Oh Mann. Blöde Töne. Geh doch runter Fluffy. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Okay, den linken Weg nehmen wir nicht. Ich kenne mal eine Frage. Wie viele Hunde hat er? Das ist nochmal gut. Ein gelbes Kraut. Wir können uns hochpushen. Können wir das kombinieren damit? Nein, geht nicht. Gut. So klar. Eins. Wow, 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 wow. Das ist unfair. Das ist unfair. Das ist unfair. Boah, ey. Das war unfair. Und ich dachte, ey, du benutzt das jetzt auch noch. Bringt der mehr Kohle ein, weil wir mehr geschossen haben? Ja, der bringt sehr viel Kohle ein. Das ist schon mal gut. Okay, ein bisschen viel Shotgun-Munition benutzt. Aber eine erste Hilfe-Spray. Also Items ist das hier ziemlich gut, wenn es um Items hier geht. Wobei, ja, das ist scheiße mit der Shotgun-Munition. Wo finden wir aber jetzt den zweiten? Das zweite Mal. Shit, shit, shit. Shit, shit. Okay, wir haben hier einen Schatz, aber das bringt uns auch nichts. Nur Geld, bloß Geld regiert die Welt. Nur wir brauchen noch ein Zeichen. Naja, sind wir jetzt zwungen? Dann laufen wir einfach mal ja doch hier links lang. Vierten Weg hoch. Och, ja, aber ich weiß eins, dass wir hier ein bisschen Shotgun-Munition bekommen, wie wir vorhin ja bemerkt haben. Genau, das hat sich wenigstens ein bisschen gelohnt. Okay, wir haben auf jeden Fall beim zweiten Mal hier, sind wir ja vorbereitet. Wir wissen ja, dass die Hunde kommen werden. Und ungefähr wann. Und da ist die nächste Statue, aber wir gehen mal links lang. Das ist noch eine Schatzkiste. Okay. Ich glaube, kommt noch was. Kann doch nicht alles sein. Und wenn doch, sind wir ziemlich gut. So. Maschine-Munition haben wir echt genug. Nein, Fluffy, Fluffy, aus. Ich mag eigentlich Hunde, aber hier nicht. Nein, verwenden wir noch nicht, aber wir verwenden sowas so. Okay, hätten wir doch das andere verwenden sollen. Das brachte uns nicht so viel. Egal. So, ab, runter und ab nach Hause. Schachtgarten wollen wir noch ein bisschen aufsparen. Wir nehmen einfach mal wieder die Pistole. Geht's weiter. Ist da drin eigentlich ein Speicherpunkt? Ja, da ist ein Speicherpunkt. Also müssen wir nicht komplett zurückrennen. Nenntens etwas. Ja, ich weiß. Kombinieren. Äh, wir kombinieren das mit dem hier und benutzen das andere. Genau. So. Blauen Mondstein verwenden. Jo. Mann, was sind das für Tore. Oh, lecker, lecker, lecker. Ein rotes Kleid. Ui, 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 ui. Oh, was beweglich. Oh, was beweglich. Bit of advice. Try using knives next time. Works better for close encounters. Leon. Long time no see. Ada. So it is true. True? About what? You. Working with Wesker. I see you've been doing your homework. Why, Ada? What's it to you? Why are you here? Why did you show up like this? Man, so ne Brille brauchen wir auch. See you around. Ada! Und die heimliche Liebe. Anscheinend von Leon. So. Ende von Kapitel 3-2. Jetzt nächstes Kapitel 3. Äh, 3. 3. Trefferquote. 71%. Zusammen. 83%. Näher durch die Hunde. Getötete Gegner. 51%. Insgesamt 324. Verlorener Leben. 2. Wir haben also insgesamt 8 mal sind wir schon gestorben. Wir werden erstmal hier speichern. Ich bin jetzt gerade am überlegen. Wir haben auch zuletzt gespeichert da hinten. Das heißt, wir müssen den überschreiten. Genau. Tap, 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 tap. So. Und hier machen wir wieder einen kleinen Cut. Und wir sehen uns wieder. Bitte kommentiert mich und abonniert mich. Würde mich freuen. Wieder so ein kleiner Tipp am Rande. Bis dann. Ciao.